So, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge New Division. Mit dabei ist der Ending. Jawoll. Burn, baby, burn. Ja, wenn du das gar nicht mehr retten. Jetzt aber ohne Fehler. Belobigung, freigeschaltet, Gefahrter, tot. Geil. Hast du das auch schon geklappt? Warte, ne? Komm nicht hier mehr, guck mal. Zentrale an Patrouille, die Reich erzeugen Zivilisten im Park 26 für Eastfest. Wir brauchen sofort Unterstützung. Ach, nein. 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 Wie stirbt das so? Ah, das sind Schlüsselkunden. Ach, nein. Na gut, dann. Gute Arbeit. Hören Sie. Das ist ein scheiß Job. Aber ich bin dankbar, dass Leute wie Sie am anderen Ende der Leitung sind. Hey, wie geht's Ihrem Arsch? Warnung. Eintreffende Gegner. Warnung. Ware wird beschossen. Warnung. 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 Ist da noch einer? Ah ja. Ah, das wollte ich nicht. Wo ist da noch einer? Oh, dahinter Baum steht er. Warno, eintreffender Gegner. Shit. Okay, die Patronie müssen wir lassen, aber dabei. Warno, die Garen wird beschossen. 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 Das ist nicht unsere Mission. Warno, die Garen wird beschossen. Warno, die Garen wird beschossen. vorher schon. Ja, auf den vergesse ich immer. Du meinst, wir gehen selbst heilen? Ja, selbst heilen und wenn du dann am Boden liegst, haltet er dich ja selber. Oder du kannst dich gleich selber heilen. Ja, jetzt sind wir hier. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. So, Munition aufrüsten und los geht's. Verlassen des sicheren Bereichs. Warnung, sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Warte, da müssen wir aufpassen, da ist immer eine Patrouille. Ja. Wohl, misst das viele Elite-Gegner, dort sind die dauernd natürlich länger. Ja. Warte, da ist man auch nicht. Ich überlege mir auch, ob ich diese Linie jetzt dann nehme, das ist dann für euch. Du meinst, weil das so effektiv ist, dass wir doppelt haben. Ja, warte, das Geschütz ist auch nicht effektiv, aber ich weiß nicht, dass das Geschütz... Manchmal denke ich, dass das Geschütz bringt gar nichts. Aber es kommt nur so vorher, weiß ich nicht. Das Problem ist, es kann leicht zerstört werden. Ich mein, die Mine ja auch, kann man auch nur einmal verwenden, aber... Oh, weiter. Jetzt bin ich hängen geblieben. An alle Einheiten, in einem Park bei der 20. werden gestohlenen Medizingüter gehandelt. Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Danke. Ah, okay, sowas. Ich hole das rechts oben. Okay. Komm schon mal, ich... Oh! Ich kann ja nicht mehr, ne? Ah, jetzt kann ich den Kopf an dem Auslösen. Fuck! Oh, das ist schon... Ja, bin down wieder. Ah, ich glaube, den Kopf an dem Auslösen. Ne, da komme ich nicht dran. Oder komme ich da in den Kreis rein? Kann da irgendwo drauf klettern? Nein, da kann man nicht drauf klettern. Ne, da muss ich gleich aufgeben. Oh, was mache ich? Wow, dass ich das überlebt habe. Stolz auf mich. Wir treten eine sicheren Beweis. Das war jetzt, Gott sei Dank, die fehlende Spielintelligenz. Okay. Weil, hätten die mich gestürmt zu dritt, wäre ich tot gewesen, nachdem die alle da gestanden sind. Warnung, verlassen des sicheren Bereichs. So, ich komme schon wieder. So. 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 Spann, gehen wir zu die Schuze. Na? Vielleicht komm mit und schützt dich. Oder sitze ich schon vorbei wahrscheinlich. Komm, jetzt ist es vorbei. Kannst du die nächste Mission nochmal anpeilen? Dann nehmen wir den Nebeneinsatz da. Danke. Diese Medikamente gehören nicht auf die Straße, sondern zu den Kranken. Ich mach euch alle fertig. Du verstehst? Die U-Poster-Apokalypse und übrigens die Weihnachtsbeleuchtung gehören. Ja. Nicht ganz nachvoll. So, wir schauen mal zum Unterweichen. Zack. Oben ist das. Ah, okay. Danke. Tja. Alter, wie komm ich da rüber? Da. Ach, so eine Mission ist das. Oh Mann, ich bleib heute überall hängen, neuer da. Was? Alle Einheiten. Rikers wurden bei Hilfsgütern im Park in der Avenue C gesichtet. Wir brauchen ein Abholteam. Weiß, was ist das denn? Wir brauchen ein paar Minuten noch. Da drin. Komm er. Alter. Wo geht man da hin? Da rein. Da drin. oh das ist unten wieder ach gescheiße ich verrenne mich da dauernd ich empfange eine neue siegesmeldung klar und deutlich machen wir weiter so dann wird noch eine straße nach ihnen benannt oder eine gasse oder eine fahrgabung der nächste ist flottiger so jetzt muss ich noch irgendwie da aus der kummer oh man ich spaw mich wenn du weg bist also den 19er macht so weg wie nichts eigentlich mit der kanate die koffer jetzt Ich muss sie gleich nachladen. Pass auf, Granate! Oh, um! Ich muss einen, gib einen Schluck nach hinten! Komm mal hin, du bist gerade in der Schlucklinie! Oh, hinter uns! Gut, 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 30 Sekunden noch! Alter! Da, such Ziel! Na eben! Klappe! Oh! Oh, shit! Sparrow 5 ist für Ord und Kampfbereit! Klappe! Oh! 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 Ich wollte mal nicht den blauen Gegenstand dort holen, aber ich glaube, das wird nichts! Oh! 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 Dürfen! Ah, oi! Achso, wir müssen ja noch die Gegner eliminieren! Ja, ich lebe die! Oh, wir müssen doch die Gegner eliminieren! Ach, man. Heute bin ich überhaupt nicht auf der Höhe mit dem Spiel! Stark. Sehr schön. Gute Arbeit. Dieser Nachschub wird vielen Menschen helfen. Ich habe keinen Schimmer, was die hier wollen. Da kam ein Anruf übers Festnetz. Übers Festnetz. Ist das zu glauben? Aber ja, eine kleine geht immer noch. Da ist ein Zivilist in einem Raum eingesperrt. Er kommt nicht raus. Oder wir probieren nochmal den Nachschub. Nein, okay. Dann nehmen wir den Nebeneinsatz. Diese Nachricht zerstört sich innerhalb von 5 Sekunden selbst. Sie wissen gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Alles Glück der Welt da draußen. Spiel hier nicht die Heldin. Da drüben ist ein Haufen Mörder. Vorsicht! Warum kommt mir jetzt das Lied von der Katy Perry in den Sinn? Fireworks. Schraub. Wo? Wiss die Schauspieler. Das ist alles an. Was möchte ich jetzt? Oh, das ist ja so. Ah, sehr nice, ich wollte mich gerade ampirschen. Töteleit, das ist geil darauf. Ja, dann gehen wir mal suchen, ehrlich gesagt. Gegner, vielleicht eine Mine, wir stehen so irgend beieinander. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, den Koffer denke ich eigentlich meistens nie für mich einzusetzen. Komm, vergiss mich auf den. aus dem mehr für dich ansetzen was die einzige heilung die du ständig ohne zu verbrauch nehmen kannst das ist nice das war's das war's wir sehen uns mal bis dort